Wir sind jetzt hier in Schwunz beim Montafon Ultratrail. Heute ist der 14.06.2019. Ich hole jetzt gerade die Startunterlagen ab. Hier in diesem Gebäude ist es. Es gibt auch eine Kurzdustanz von 33 Kilometern mit 3.300 Höhenmeter und 47 Kilometer mit 4.200 Höhenmeter. Schön hier die Berge. Die Startunterlagen sind abgeholt. Hier haben wir eine ganze Tüte voll bekommen. Jetzt schauen wir gleich was drin ist. Da oben gibt es jetzt noch die Pasta-Party. Hier gibt es die Nügel, ein Bier und Salat. Und da ist der Start. Traumhafte Berge. Schwunz, ein wunderschöner Ort in Österreich vor Albao. Da geht es morgen hoch. Da müssen wir hin. Unglaublich. Jetzt sind wir 60.2019. Wir sind hier in Schwunz. Montafon Ultratrail machen wir. Es sind hier Teilnehmer circa 200. Es ist kurz vor 7 Uhr. Wir machen beim 47 Kilometer Lauf und 4.200 Höhenmeter mit. Und gleichzeitig starten auch die 33 Kilometer. So, wir haben alle Leifung bitte ein. Die Hände in die Uhr. Für das obligatorische Foto hier. Jetzt geht es gleich los. Jawohl, einen riesen Applaus an euch alle. Sauber, perfekt. Wir sind jetzt bei Kilometer 3,3. Das Wetter spielt noch mit. Traumhaft. Jetzt gibt es hier die erste Verlegungsstation. Es gibt Äpfel, Bananen, Wasser, Ballstein und natürlich einen traumhaften Ausblick. Genau. Einmal mit der Spür. Da müssen wir jetzt den Start hochziehen. Auf der Weg. Das ist schön, soll ich sagen. Cooles Event. Ich hoffe, das Wetter bleibt so. Mal gucken. Jetzt bei Kilometer 8. Bis später. Schauen wir mal auf den Ausblick. Wenn man hier oben ist. Wenn man hier oben ist. Das ist einfach nur. Traumhaft. Landschaftlich. Und schön. Und bisher kann ich sagen, der Lauf lohnt sich. Natürlich ist es anstrengend. Aber mit der Aussicht, das macht alles wieder nett. Schnee. Unheimlich schwer hier hoch zu kommen. Sehr rutschig. Muss man echt aufpassen. Bis gleich. Ich darf das erleben. Wahnsinnig. Ich bin so froh. Bisher spielt das Wetter mit. Ich wünsche mir so sehr, dass es so bleibt. Das wäre optimal. Kein Regen. Bei dem Regen hier zu laufen. Das ist ordentlich. Tschüss. Jetzt ist Schneewandern angesagt hier. Gehts gut? Ja geht? Super. Es ist nicht ohne hier im Schnee zu laufen. Also hier wie gesagt. Nächste Meter. Okay, danke. Jetzt im Schnee laufen. Gehts wieder da hoch. 2375 Meter. Jetzt gehts noch das Stück da hoch. Und dann auf der anderen Seite wieder runter. Hier. Gehts hoch. Jetzt noch das letzte. Ich brauche mich. Ich brauche mich. Bis später. Ich würde einfach runter rutschen. Ja. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe ewig gebraucht für das Stück. Ich finde es zu heftig. Jetzt gehts gerade so weiter. Oh Mann. Ich hoffe die Sonne bleibt noch eine Weile. Wie gesagt. Im Regen möchte ich hier nicht laufen. 12 Kilometer 19. Jetzt gehts leicht bergab. Aber für mich finde ich es auch schwierig hier runter zu laufen. Hier gehts runter ins Tal. Und. Wahnsinn. Wasserfall. Einmal. Wir sind jetzt bei Kilometer 23. Die Hälfte fast geschafft. Jetzt mal über Wiesen. Wir sind über Schnee gelaufen. Wunderschön. Die Autos. 12 Kilometer 29. Ich gehe wieder hoch. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da laufen sie alle hoch. Ja. Die Berge von der Seite. Jetzt sind die letzten 17 Kilometer noch. Wir haben den Baden Verpflegungsstation. Da hat sich der Weg getrennt zwischen den 33 Kilometer Läufern und den 47ern. Also wir müssen jetzt noch ein bisschen. Die 33er haben jetzt noch 3 Kilometer und die sind zum Ziel. Und ich muss jetzt noch. Also bis später. Bis später. Ich glaube. Ich bin gleich im Ziel. Wahnsinn. Unglaublich. Ich bin gleich da. Ja. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft.